Herzlich Willkommen wieder bei Spanschbop. Wir öffnen jetzt, wie beim letzten Mal, angekündigt die Muschel. Freigeschalten. Aber ich will zuerst hier hoch. Also wir haben jetzt die Brücke. Die Brücke haben wir. Ich muss Doppelsprung machen, sonst sterbe ich. Warte, hier wieder E. Kann ich hier unten durch? Wie gut! Mach kaputt! Gib Geld! Ja, es glänzt. Es ist so wunderschön. Eine Socke! Kann ich hier irgendwas? Aber dann gehe ich drauf. Wenn ich den jetzt hole. Will ich nicht. Wir merken uns einfach fürs nächste Mal, dass da noch ein Pfannenwender ist. Müsst ihr mich halt in den Kommentaren daran erinnern, dass da noch ein Pfannenwender ist. Bei dem Level von Taddle. Warte, hier will ich noch. Ich glaube, wir brauchen die ganzen... Warte, dem muss ich erst. Wir haben hier einen Checkpoint. Okay, wir sind sicher. Das ist ein Checkpoint. Du wirst besiegt, nachdem du einen Checkpoint aktiviert hast, beginnst du den Checkpoint neu anstatt am Anfang dieses Bereiches. Das heißt, wir können uns jetzt Fehler erlauben, weil wir haben einen Punkt, wo wir immer wieder spawnen und auftauchen. Ja gut, ist auch nötig, glaube ich. Ist hier wirklich nötig. Hier ist eine Flasche. Nee! Oh, du, 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 du! Quarlingfischern. Quarlingfischern. Kann ich hier hoch? Nee, ich glaube, ich muss... Mach mal dich mal kaputt. So. Was ist das? Eis. Mach mal... Das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann diese Frierfrucht nutzen. Oh, vielleicht kann ich später mit Patrick hier rübergehen. Also in das Level. Vielleicht kann ich mal Charaktere tauschen. Ich gehe stark davon aus. Sonst macht es keinen Sinn. Jetzt kommen die ganzen Roboter hier. Mach weg doch! Kaputt machen. Kaputt machen. Nee, hier ist nix. Doch, da! Da sind noch solche... Dinger. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe halt wirklich keinen Plan. Oh! Boah, ich darf mich nicht erwischen lassen, ne? Ähm. Uh! Ich habe es geschafft. Nein! Und wie komme ich hier hoch? Ich muss doch irgendwie da hochkommen, oder? Muss ich von dem da rüber und dann da rüber oder von dem hier? Wir probieren es nochmal. Alter, wir müssen da nach oben. Ich will gucken, was auf der anderen Seite ist. Oder? Nee. Nee, geht nicht. Ich habe gemeint, man kann vielleicht Doppelsprung machen. Dass man da hochkommt, aber irgendwie... Okay. Ich glaube, dass ich von hier rüber muss. Ich habe es so auch geschafft. Ich glaube, jetzt muss ich mich wieder beeilen, ne? Nee, doch nicht. Ja. Nun, der Sock auf! Bing, 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 bing. Bing, bing. Was ist das? Ein Trampolin. Wie gut! Dafür möchte ich aber jetzt mal einen Applaus haben hier in den Kommentaren, ne? Das war gut. Das war sehr gut. Okay. Rüber, rüber. Okay, ich muss abwarten. Ach, du heiliger! Ah! Ah! Boah! Boah! Kann... Gott! Huh! Mau! Mau! Und Angelhaken. Ein Bungee-Sprung! Für einen goldenen Pfannenwender! Ich glaube, ich bin im Himmel. Mhm. Ich muss hier irgendwas drücken, ne? Aber ich geh zuerst mal da hin. Infotafel. Dies ist ein Bungee-Sprung. Spongebob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen, wo... Und ihn berühren. Drücke Space. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Kriegen wir hin. Aber ich mach mal auf E. Okay, mit Audio. Machen wir so, ja? Ich weiß, euch nervt das, aber bei dem Spiel brauche ich, äh... Und... Ja! Ja! Ja, komm! Oh, Gott sei Dank! Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, ladies and gentlemen. Okay. Der hat Moves drauf! Ich kann jetzt entweder hier rüber... Oder wir gehen zum King. Ich würde zuerst gerne zu dem King gehen. Achso. Muss ich so oder so hier rüber. Ich könnte aber erst mal nach oben gucken. Da gibt's nämlich bestimmt auch wieder irgendein Gold... Hä? Ich kann hier gar nicht hoch. Ich muss von der anderen Seite. Von hier. Nee, geht auch nicht. Ach, hier kann ich gar nicht hoch. Okay. Gut. Dann springen wir hier. So. Wie gut. Checkpoint! Ja, den hat's erwischt. Der hat ganz toll, aber... Der ist schon kaputt. Komm mal her, ich will mit dir reden. Kann ich mit dem reden? Entschuldigung. Entschuldigung! Jawohl. Ich fahr schneller wie ihr. Ach. Ich muss da nach oben, glaub ich. Ich glaube... Kann ich da jetzt... Oh, okay. Wie komm ich da jetzt hoch? Wie komm ich denn... Ah. Oder? Wie komm ich denn da nach oben? Kann ich... Nee, kann ich nicht. Schade. Hä? Ich dachte, ich kann da hoch irgendwie. Es ist ja nur diese eine lange Pinöppel. Und da oben ist sowas zum Springen. Ah, vielleicht auf der Insel. Eventuell auf der Insel. Na, 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 na. Komm her, du. Ja, ich muss diese Pinöppel da entlang springen, ne? Hier sind blaue Quallen. Ich glaub, die machen mir mehr Schaden als wie die, ähm, rosanen. Eigentlich gar keine Lust. Da ist wieder was. Mit... F. Sponsor muss das, äh, Blasenbowling beharschen, um... Dieses Spiel spielen zu können. Scheiße. Kann ich noch gar nicht. Kann ich nicht. Hab ich noch nicht gelernt. Blöd. Hm. Ich tu euch nichts. Ihr mir bitte auch nicht. Dankeschön. Kaputt gemacht. Ich muss... Nein. Ich hab schon so viele Punkte. Den nehm ich noch mit. F. Das ist Schlamm. Sponsor... Ja, okay, das wissen wir schon. Ich darf mich jetzt... Boah, das war knapp. Nein! Oh... Oh, 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 oh. Ne, ich hab die Unterhose schon. Hab ich schon. Bam! Gute Nacht. Gutes Nächte. Da oben ist noch was. Aber ich will zuerst hier rüber. Oh mein Gott. Oh, Jesus. Uff. Ah! Bum, 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 bum. Oh, ich hab's geschafft. Ah! Jetzt werd ich zurückgeschossen. Okay. Jetzt kann ich den Weg hier gehen, ne? Ja. Oh. Pfff. Pfff. Ja. Huiuiui. Huiuiui. Ja, da guckt er. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das Spiel findet. Und teilt es gerne mit Sponsor-Freunden, ne? Dieses Game. Und wir sehen und hören und steuern uns dann im nächsten Let's Play. Und im nächsten Video. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Und den Kanal bitte, bitte, bitte teilen. Der Kanal ist für jedes Alter, ne? Wir werden steuern uns. Bis dann. Tschüss.